Offizielle Verabschiedung, in zwei Wochen geht's los, ab nach Paris. Ich bin bereit, du auch? Wir sind auf jeden Fall bereit und wir sehen uns dort. Paris! Das erste Mal dabei und jetzt, wo alle Feierlichkeiten da sind, dann freut man mich umso mehr, weil man weiß, es geht los. Ich bin auf alle Fälle schon nervös. Ja, das Ziel ist natürlich, dass ich die beste Leistung bringen kann an dem Tag, der möglich ist. Ja natürlich, Olympische Spiele sind immer ein sehr besonderes Event und das hat man nicht so oft im Leben. Von dem her bin ich schon sehr aufgeregt und freue mich jetzt schon. Einerseits überrascht, ich habe es gar nicht wirklich glauben können am Anfang. Und dann natürlich riesige Freude, ich habe ganz, ganz viele Nachrichten bekommen von Freunden. Das stärkt natürlich und da möchte ich eben Österreich auch repräsentieren. Und ich glaube dann das Highlight wird sein zu den Eröffnungen, Anreisen nach Paris. Ich glaube, jeder soll es genießen, keiner soll sich zu einem großen Druck machen, im Moment sein. Mit allen anderen Sportlern da gemeinsam da zu sein, vom Bundespräsidenten verabschiedet zu werden, ist schon etwas Besonderes und man weiß, jetzt geht es wirklich los. Vermeule in der nächsten Sitzung. Verabschied. Verabschied. Anreisen. Verabschied.